Hallo und herzlich willkommen in Ihrem neuen Traumhaus. Willkommen in der Küche, von der Sie immer geträumt haben. In Ihrem gepflegten Badezimmer und willkommen in Ihren geräumigen Schlafräumen. Aber etwas fehlt. Etwas, das Ihr Traumhaus noch mehr zu Ihrem persönlichen Traumhaus werden lässt. Etwas, das Sie in jedem Augenblick mit Ihrem Traumhaus verbindet. Nein, es ist nicht zu spät. Und nein, wir werden keine Wände dafür einreißen müssen. Und nein, es ist nicht teuer. Jetzt ist es möglich. Willkommen in der Welt von Your Cockpit. Einer hochmodernen App, die Ihr gewöhnliches Haus zu einem intelligenten Haus werden lässt. Your Cockpit App basiert auf IoT, dem Internet of Things. Das heißt, dass Ihr Computer immer mehr durch intelligente Geräte oder wie in unserem Fall der Your Cockpit App ersetzt wird. Mit dieser App ist es möglich, dass Sie Ihre elektronischen Geräte mit dem Internet verbinden und diese bequem über Ihr Smartphone oder Tablet steuern. Dies ermöglicht Ihnen, dass Sie auf dem Nachhauseweg eines langen Arbeitstages die Raumtemperatur anpassen. Dass Sie mitten in der Nacht das Licht auf dem Weg zur Toilette in Ihrem Badezimmer einschalten. Ihre Jalousien zu schließen, woran Sie nicht mehr gedacht haben, bevor Sie zu Bett gegangen sind. Oder, dass Sie einfach noch ein paar Minuten vom Bett aus Ihren Lieblingssong anhören, bevor Sie in einen neuen Tag starten. Wie das funktioniert? Unser Montageteam trifft bei Ihnen ein. Und was? Bereits fertig? Alles, was jetzt noch fehlt, ist der Download der Your Cockpit App aus dem App Store direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Und dann schalten Sie das Licht ein und aus, öffnen und schließen Sie die Jalousien, passen Sie die Raumtemperatur an, schalten Sie Ihren Fernseher ein. Oder schalten Sie alle Ihre Geräte und Lichter mit nur einem Knopfdruck aus, wenn Sie Ihr Haus verlassen. Your Cockpit verbindet Sie immer mit Ihrem Zuhause.